Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um die sogenannte Random Early Detection, kurz RED. Ich schreibe das gerade mal kurz hin, eingesteht so schon in der Überschrift Random Early mit O natürlich, Early Detection. So, kurz RED und was das macht ist einfach folgendes. Wir hatten uns letztes Mal darum gekümmert, was passiert denn, wenn ich einen sehr sehr ausgelasteten Router habe, der von der einen Seite 100 Megabit die Sekunde empfängt und von der anderen Seite auch 100 Megabit die Sekunde und der Router verkraftet aber nur 50 Megabit die Sekunde. Ihr erinnert euch noch an den Inline Speed. Was dann passiert ist, er schmeißt hier von einem Viertel weg und er schmeißt hier von einem Viertel weg. Das ist schlecht, weil hierbei sind auch Quittungen und wenn wir die Quittung wegschmeißen, dann denkt der Sender, dass seine Dateneinheit verloren gegangen ist. Sonst ist sie ja auch so ein bisschen. Und es passiert folgendes, wir haben am Ende nur noch ein Sechzehntel Durchsatz statt einem Viertel, wobei hier natürlich 100 Mbit, 200 Mbit, davon wäre eigentlich ein Viertel zu erwarten, aber wir haben nur noch ein Sechzehntel Durchsatz, was nicht so geil ist. Deswegen haben wir uns das Ganze so vorgestellt, wir haben hier einen Puffer auf beiden Seiten sozusagen von unserem, also hier kommen 100 Mbit die Sekunde an, hier kommen 100 Mbit die Sekunde an und zwar von Sender und Empfänger. Das heißt, wir haben auf beiden Seiten sozusagen einen Puffer in unserem Router drin, beziehungsweise in einem Schicht 2 Gerät, wo auch immer. Und was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen, dass diese Stausituation überhaupt nicht aufkommt. Und die sogenannte Random Early Detection, die sagt uns, dass wir auch schon Pakete wegschmeißen können, wenn diese 50 Mbit die Sekunde noch gar nicht erreicht sind. Das hört sich erstmal total bescheuert an. Warum ist das besser, wenn wir vorzeitig schon diese Stausituation verhindern? Naja, dann kommt es gar nicht dazu, dass Quittungen losgelassen werden. Manchmal wird dann einfach zufällig eine Quittung fallen gelassen, manchmal wird zufällig eine Dateneinheit fallen gelassen. Und dadurch wird die Last erst gar nicht so hoch, dass der Router komplett ausgelastet ist, weil sich die Sendedauer so schön verteilt. Das heißt, der eine ist am Senden und wir signalisieren ihm schon, oh, die Strecke, also per IP, per Schicht 3, signalisieren wir ihm ja schon dann, diese Strecke ist überlastet, hier gehen manche Pakete verloren, nimm doch eine andere. Und der passt sich dann so langsam an und nimmt eine andere Strecke. Nicht so, dass hier jetzt alle Pakete auf einmal verloren gehen, er wechselt auf die zweite Route, überlastet die damit und dann fällt die Route komplett aus, also die zweite Route zum Empfänger hin und dann wechselt er wieder auf die erste und überlastet die wieder. Das ist natürlich dann auf Dauer ziemlich ungünstig. Deswegen versuchen wir einfach möglichst beide Routen auszubalancieren. Wir sagen ihm einfach, du schick mal lieber ungefähr die Hälfte deiner Pakete auf die andere Seite, dann geht es vielleicht ein bisschen besser. Okay, wie sieht das jetzt also aus, diese Random Early Detection, könnt ihr euch sozusagen als Graph vorstellen, also als Schaubild mal ganz kurz angezeichnet, ganz grob auch nur, wahrscheinlich sind meine Achsen nicht mal 90 Grad Winkel. Wir haben hier einen gewissen Wert, das nennt sich Q Minimal, also das ist das minimale Q hier, wo wir anfangen Daten wegzuschmeißen. Das heißt bis zu dieser Auslastung, die könnte, das ist ein Tuning Parameter, die könnt ihr dann bei eurem Router separat einstellen, aber normalerweise wird hier nicht vor 50% irgendwas weggeschmissen und ja, das ganze Ding fängt dann so an, ich mache hier gerade mal die Linie etwas dicker, wir haben hier nach oben die Wahrscheinlichkeit, dass wir was wegschmeißen, das heißt W-Kite, also W-Kite steht für Wahrscheinlichkeit und ja, wir brechen hier sozusagen die Wahrscheinlichkeit für einen Drop, das heißt dafür, dass wir die Dateneinheit fallen lassen und einfach nicht bearbeiten, einfach nicht weitersenden, weil wir gerade etwas überlastet sind. Das muss man natürlich auch so sagen, naja, sollte man nur machen, wenn es auch wirklich nötig ist. Wenn ich ständig meine Dateneinheiten fallen lasse, dann wo kämen wir denn dahin? Und hier sind wir ungefähr bei der Q-Länge, also bei der Warteschlange, im Prinzip Warteschlangenlänge. Da könnt ihr euch jetzt noch einen Bindestrich vorstellen. So, also rechts ist die Warteschlangenlänge, wir sind hier ungefähr bei 50%, würde ich mal so behaupten, aber wie gesagt, das ist ein Tuning Parameter, kann auch sehr, sehr viel später anfangen. Das sind nicht 50%, definitiv nicht. Das könnten ungefähr 50% sein. So, und hier oben ist 1, oh ja, ist ein bisschen dick, egal. Hier ist die 1, das heißt eine Wahrscheinlichkeit von 1 bedeutet, wir lassen das Paket auf jeden Fall fallen. Ja, und hier wäre ungefähr 100%, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, hier ist unsere Warteschlange auf jeden Fall voll. Das heißt, wir können das Paket gar nicht mehr bearbeiten. Und was man jetzt macht, ist folgendes. Wir sagen, bis zu diesem Q-Minimal hier, lassen wir überhaupt kein Paket fallen, denn bis dahin sind wir noch nicht genug ausgelastet. Und dann gibt es noch ein gewisses Q-Maximal. Das heißt, ab hier müssen wir die Pakete fallen lassen. Normalerweise ist das sehr, sehr nah bei 100%. Normalerweise sehr, 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 sehr nah bei 100%, eigentlich sogar direkt drauf. Wir sagen einfach mal, das ist direkt bei 100%, aber es ist eigentlich Q-Maximal. Nein, nicht oben, sorry, unten natürlich. Und das hier drüben wäre Q-Minimal. Das kann ich mal, hat nichts mit dem Minimal zu tun, wo man einkaufen kann. Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr, ne? Egal. Ähm, Q-Minimal. Okay. So, und was man jetzt sagt, ist, okay, wir lassen das Ganze hier ansteigen. Und zwar schön linear. Achtet darauf, dass diese Kurve hier nicht komplett auf 1 kommt. Die erreicht eigentlich 1 gar nicht. Sie macht nur so einen kleinen linearen Anstieg hier. Das ist übrigens hier nur eine Hilfslinie. Das ist jetzt hier, ähm, die maximale Wahrscheinlichkeit. Ist eigentlich auch ein Tuning-Parameter. Äh, P-Max nennen wir sie einfach mal. Ähm, das ist auch ein Tuning-Parameter. Die drei Parameter könnt ihr alle einstellen, sozusagen frei wählen. Und was jetzt bei diesem Q-Max passiert, da können wir dann nicht mehr anders. Da lassen wir dann wirklich alles fallen. Sozusagen einen direkten Wert nach oben. Und wenn die Warteschlange länger wird, dann müssen wir sowieso alles fallen lassen. Gut, das heißt, was möchte mir dieses Schaubild hier jetzt sagen? Wir droppen überhaupt kein Paket, bis wir hier bei diesem Q, also bei der Warteschlangen, Warteschlängenlänge, okay. Warteschlangenlänge angekommen sind, die wir hier festgelegt haben. Zum Beispiel ungefähr 50 bis 60 Prozent. Und dann fangen wir an, pro Prozent etwas mehr fallen zu lassen. Also die Wahrscheinlichkeit etwas steigen zu lassen. Und bei jedem Paket wird dann gewürfelt, sagen wir mal, mit einer 50-Prozent-Chance. Also flippen wir einfach eine Münze. Und wenn die Münze auf Kopf landet, dann schmeißen wir das Paket weg und bearbeiten es nicht. Dadurch reduziert sich unsere Länge der Warteschlange etwas. Und wir sollten eigentlich gar nicht bis zu diesem Q-Max kommen, wenn die Leute ungefähr fair ihre Pakete verschicken. Weil wir signalisieren ihnen ja dann auch schon, hey, deine Pakete kommen nicht an. Nimm doch mal lieber eine andere IP-Route. Und IP berücksichtigt es dann und wählt da eine bessere Route. Und die Kostenrechnung und so weiter hatten wir uns ja alle schon angeguckt. So, und wenn wir dann aber hier bei diesem Q-Max angekommen sind, dann können wir nicht mehr anders. Dann müssen wir alle Pakete fallen lassen, die ankommen. Einfach weil sonst unsere Warteschlange zu lang wird. Das sollte dann ungefähr bei vollem Puffer sein, der Warteschlange. Sprich, wenn hier einfach alles ausgelastet ist. Und ja, dann reduzieren wir logischerweise unsere Auslastung wieder ein wenig, weil überhaupt keine Pakete mehr durchkommen. Das heißt, bei jedem muss erstmal der Timer auslaufen, damit wieder neue Pakete geschickt werden können. Zu diesem Timer werden wir auch noch kommen. Aber das war ungefähr Random Early Detection. Das heißt, wir erkennen zufällig, weil wir ja zufällig wegschmeißen. Wir würfen ja für die Pakete sozusagen. Und je nachdem, ob das jetzt, ob es wirklich ausgefüllt wird, schmeißen wir das Paket eben weg. Und ja, manchmal kann da natürlich auch eine Quittung bei Flöten gehen. Ist dann halt nicht so geil. Da müsste dann, da muss dann natürlich vom Sender nochmal die Dateneinheit kommen. Und der Empfänger muss nochmal quittieren. Im Prinzip ist es doppelt so schlimm, als wenn wir eine normale Dateneinheit laufen lassen. Aber kann man eigentlich nicht wirklich unterscheiden. Zumindest nicht in der kurzen Zeit. Und auch nicht auf Schicht, doch eigentlich auf Schicht 4 könnte man unterscheiden. Aber nicht auf Schicht 3, das ist das große Problem. Und der Router ist ja bekanntermaßen Schicht 3. Aber so funktioniert Random Early Detection. Ich hoffe, es hat euch gefallen einigermaßen. Und ihr wisst jetzt ungefähr, was passiert, wenn die Router anfangen ausgelastet zu werden, die auf eurem Weg liegen. Sprich, auch euer privater Router macht das hin und wieder. Damit ihr vielleicht doch noch ein bisschen mehr Daten rüber bekommt. Genau, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir haben uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.